Meine Damen und Herren, schnallen sich an und halten ihr Löschwasser bereit. Denn nun kommt ja auch schon der sympathische Pyroman aus Köln, Johann König! Das haut den stärksten Neger aus der Weltraumkapsel. Burnout-Trophylaxe war bei mir damals nötig, denn ich hatte damals ganz, ganz leichte Burnout-Anzeichen. Ich habe am Schreibtisch gesessen, ganz normal, zack, war das Kribbeln da. TKKG, das ist eine, ja, gewaltbereite Jugendbande. Karl, Willi, wir stürmen die Bude und knüppeln alles nieder, was uns in die Quere kommt. Und knüppeln alles nieder, was uns in die Quere kommt. Und, wie gesagt, die sind zwischen 12 und 14 Jahre alt. Sag mal, bist du nicht der Sohn vom Ziegenficker? Nee, 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 nee. Das ist nicht euer Ernst, Leute, oder? Wenn das euer Humor, muss ich alles umschreiben, was noch kommt. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF, 2020